Die Firma Hagedorn wurde 1936 gegründet. Wir sind mittlerweile etwa 220 Mitarbeiter. Unsere Kernkompetenz ist der traditionelle Strassentiefbau, wo wir uns in den vergangenen Jahren, vor allem um den Zürichsee, eine führende Position erarbeitet haben. Die Firma Hagedorn belegt seit dem Jahr 2000 elektronisch archiviert. Dadurch, dass wir dezentral aufgestellt sind, hatten wir einen Rechnungseingang. Wir hatten überall an verschiedenen Orten in der Firma. Die Sicherheit hatten wir nicht, ob die Rechnung wirklich in der Ordnung ist. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unserem DMS Partner sind wir dann auf Expert APF gestossen. Das Produkt hat uns von Anfang an überzogen. Expert APF ist webbasierend. Das heisst, jeder hat überall Zugriff. Ich kann jederzeit die Gesamtübersicht ansehen über alle erfassten Belege im Werkfloh. Ich bin eigentlich sehr schnell damit klargekommen, weil es ist übersichtlich, es ist einfach flexibel. Dadurch, dass wir den zentralen Rechnungseingang haben, haben wir auch gewiss, dass keine Rechnungen mehr verloren gehen oder irgendwo an einem anderen Ort in der Firma reinkommen sind. Mit der Zeitersparnis, die wir haben, durch den ganzen Prozess, und dadurch, dass das System auch immer zur Verfügung steht, dass wir die Gewissheit haben, dass die Rechnungen kontrolliert werden, pünktlich gezahlt werden, können wir uns auf andere wichtige Sachen konzentrieren.